Wie oft machst du etwas für dich? Hallo, ich bin Marco für AuthenticGermanLearning.com und dies ist das Thema für heute. Oh mein Gott, das ist so toll! Das ist so geil! Eine der vielen Dinger, die ich für euch mache. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Heute kann ich leider nicht rausgehen, wo das Fleisch ist. Oh ja, aber heute nicht. Ich glaube nichts, nichts, nichts. Jetzt mach sofort das Video aus! Mach ich, mach ich! Der Schnelltipp. Wir erwerben eine Sprache durch verständliche Inhalte. Das heißt, dass du am effektivsten Deutsch lernst, wenn du viel Deutsch liest und hörst. Und es ist sehr hilfreich, wenn das Niveau ein bisschen über dem liegt, was du bis jetzt kannst. Mit diesem Video bekommst du zum Beispiel ganz viele verständliche Inhalte. Wir alle freuen uns, wenn uns jemand einen Gefallen tut. Also, wenn mir jemand einen Gefallen tut, dann freue ich mich immer sehr, weil ich mich dann sehr geschätzt fühle. Ich freue mich, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die mir Gutes tun. Aber wie oft machen wir uns selbst einen Gefallen? Ich denke, dass es sehr wichtig ist, sich selbst auch Gefallen zu tun. Ich denke, es ist sehr wichtig, etwas für sich selbst zu machen. Und dazu zählen ganz viele Dinge. Gutes Essen essen, einen organisierten Arbeitsplatz haben, eine aufgeräumte und saubere Wohnung zu haben. All das kann man bezeichnen als etwas für sich zu tun. Ich mache letzte Zeit viele solche Dinge und ich merke, wie es mein Selbstbewusstsein total steigert und auch, dass es mich sehr viel glücklicher macht. Es macht mich viel glücklicher zu wissen, dass ich Dinge für mich tue. Ich esse jetzt gesünder. Ich überlege mir, wie ich meine Zeit effektiver einsetzen kann. Ich mache intensiver Sport. Ich habe mein Zimmer ganz doll aufgeräumt. Es ist jetzt alles sehr sauber hier. Ein Grund dafür ist auch, damit ihr hier auch ein aufgeräumtes Zimmer hinter mir seht. Für mich fühlt sich das total toll an, weil dann mein Gehirn die Nachricht kriegt, hey, ich schätze mich, ich bin etwas wert. Und das ist wirklich die Essenz von Selbstbewusstsein. Nicht, dass andere denken, dass man Wert hat, sondern dass man selbst der Überzeugung ist, dass man wertvoll ist. Und manchmal kann es natürlich schwierig sein, bestimmte Dinge zu machen. Manchmal kann es schwierig sein, seinen Schweinehund zu überwinden und bestimmte Dinge zu machen, wie aufzuräumen usw. Da gibt es auch oft diesen Schweinehund. Ich erkläre Schweinehund überwinden kurz. Also im Deutschen haben wir diesen Ausdruck, den inneren Schweinehund überwinden. Schweinehund ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Ein Schweinehund, ist das jetzt eine Mischung aus einem Schwein oder einem Hund? Keine Ahnung, aber dieses Wort tritt auch nur in dieser Redewendung auf. Den inneren Schweinehund überwindet man, wenn man teilweise etwas nicht tun will, aber es trotzdem tut. Wenn man seinen Schweinehund überwindet, wenn man die Willenskraft aufbringt und sich um sich selbst kümmert und eben solche Dinge macht wie aufräumen, Sport machen, gesund essen, Hobbys verfolgen, dann merkt man ganz schnell, wie man sich viel besser fühlt. Und deswegen ist meine Frage an dich, was kannst du tun, um dich selbst zu kümmern? Und was kannst du tun, damit du dir selbst Gutes tust? Das war die Botschaft für heute. Also mein Tipp ist, vielleicht gibt es Dinge, die du tun kannst und ich verspreche dir, du wirst dich sehr gut dabei fühlen. Ich hoffe, das war inspirierend. Ich bin gespannt, was du so unternimmst. Und zum Schluss möchte ich ganz gerne noch meine ersten Förderer auf Patreon danken. Zu der Zeit, wo ich dieses Video aufnehme, habe ich drei Förderer. In Zukunft werden das wahrscheinlich noch mehr und mehr und mehr. Aber jetzt habe ich drei Förderer und die möchte ich von ganzem Herzen danken. Das sind Jonathan, Samuel und Michael. Also vielen, vielen Dank, euch drei! Das bedeutet mir sehr viel. Und wenn dir diese Videos gefallen, dann möchte ich dich dazu ermuntern, auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Wie viel sind dir diese Videos wert? Und wenn du das tun möchtest, dann gehst du einfach auf AuthenticGermanLearning.com und dann kannst du ein bisschen in diesen YouTube-Kanal investieren, damit er immer besser wird und auch weiter bestehen bleibt. Vielen Dank dafür und wir sehen uns morgen. Tschüss! Eine kleine Bitte zum Schluss. Kaufst du manchmal bei Amazon? Dann würde es mir sehr viel helfen, wenn du vor deinem Einkauf die folgende URL besuchst. AuthenticGermanLearning.com Dann wirst du zu deinem Amazon-Laden weitergeleitet und kannst dort wie immer die Dinge kaufen, die du benötigst. Und ein kleiner Prozentteil von dem, was Amazon verdient, kommt mir zugute. Aber das Gute ist, du brauchst nicht einen Cent mehr zu bezahlen. Ist das nicht praktisch? Du machst alles so wie immer, kaufst wie gewohnt bei Amazon, aber wenn du den Link vorher besuchst, dann werde ich und wird dieses Projekt ein bisschen unterstützt. AuthenticGermanLearning.com Vielen Dank! Tschüss und bis morgen!